Der Münchner Sportklub P.V. gegründet 1896 ist ein Sportverein in München-Hasenbergl. Er ist der älteste unverändert bestehende Hockey-Club in Deutschland. Im Jahr 1998 feierte er sein 100-jähriges Bestehen. Neben Hockey betreibt der MSC Tennis und Fitness. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde im MSC auch Eishockey gespielt. Die Mannschaft nahm unter anderem an der Deutschen Eishockey-Meisterschaft 1913 teil. Hockey Seit 1898 wird im MSC Hockey gespielt. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg, als der FC Bayern eine Abteilung des MSC war, zählte der MSC im Hockey zu den deutschen Traditions-Clubs. Mit mehr als 20 Abteilungen war der MSC zeitweise Europas größter Sportklub und Leichtathlet Hans Braun war eines der Aushängeschilder des Klubs. Nach dem Umzug aus Schwabing im Jahre 1963 entstand auf dem Gelände in der Lerchenau die heutige Anlage. Treibende Kraft für den sportlichen Aufstieg und die Errichtung der neuen Anlage war Hans Fleitmann. Klub-Präsident von 1960 bis zu seinem Tod im Jahre 1983. Die erste Herrenmannschaft wurde 2003 und 2006 unter dem langjährigen Erfolgstrainer Klaus Holzmüller, der auch schon Damentrainer war. Deutscher Meister im Hallenhockey sowie Europapokalsieger der Landesmeister im Hallenhockey. Die Mannschaft stieg 2007 nach langen Jahren der Erstklassigkeit als Tabellenletzter aus der Feldhockey-Bundesliga ab, nachdem im Vorjahr dort noch der dritte Platz erreicht werden konnte. Nach dem Wiederaufstieg 2014 mussten die 1. Herren nach nur einem Jahr wieder zurück in die 2. Liga. Nach wie vor ist die Herrenmannschaft in der Hallenhockey-Bundesliga vertreten. Die Damenmannschaft ist sowohl im Feld, als auch in der Halle erstklassig und verzeichnete 2015 als deutscher Wiesemeister den größten Felderfolg der Vereinsgeschichte. Ehemalige Akteure sind 2. A. Caroline Casarito, Katharina Scholz, Philipp Seller, Christopher Seller und Max Weinhold. Jugendarbeit Der MSC legt großen Wert auf seine Jugendarbeit. Beispielsweise sind die Doppel-Olympiasieger Philipp und Christopher Seller sowie Torwart Max Weinhold Eigengewächse des Sportklubs. Viele bayerische Meistertitel konnten über die Zeit errungen werden, dazu kommen Titel bei den süddeutschen Meisterschaften. Als Höhepunkt gelten drei Erfolge bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Derzeit ist Christoph Elste für die Jugendarbeit zuständig. Unter ihm gelang es dem MSC erstmals vier Jugendmannschaften in einer Saison für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Anfang des Jahres 2017 soll auf der Anlage in der Lerchenau ein neues Hockey-Leistungszentrum mit einem zweiten Kunstrasenplatz sowie einem Hallenkomplex eröffnet werden. Erfolge Deutscher Meister, Hallenhockey 2003-2006 Europa-Cup-Sieger der Landesmeister 2004 Nationalspieler und Nationalspielerinnen des Münchner SC Jahrh prifront whatever Gallagher blockade 75 16 15 18 18 18 19 19 19 Vielen Dank.